Von Theorien über Verschwörungen, nichts davon ist real. Alles passiert im Offenen, nichts ist versteckt, man muss nur hinschauen. Es ist eine Frage der Entscheidung, will ich glauben oder will ich wissen? Das Sprichwort, wer viel glaubt, weiß wenig. Wir haben die Wörter Glaube und Wissen etymologisch auseinandergenommen. Da gibt es Videos auf YouTube und natürlich auch auf unserer Webseite toknow.ch. Da könnt ihr reinschauen und reinstöbern, wenn wir mal etwas wissen. Man kann kein anderes Ergebnis erwarten, wenn man immer dasselbe macht. Wer viel glaubt oder schon immer geglaubt hat, der hat das, was er glaubt, in sein Weltbild integriert, will daran festhalten und wenn jemand kommt und dieses Weltbild den Glauben ins Banken bringt, verteidigt man diesen Glauben und hält an den Illusionen fest. Man kann aber auch Wissen, Wissen erlangen durch Erfahren, durch Erleben, eigene Recherchen betreiben, selber denken und mit Sinnen prüfen. Und wenn man dann feststellt, dass da nichts Reales ist, dann wird es wohl ein Glaube sein, eine Illusion oder sonst einfach nur ein Hirngespinst und dieses kann man loslassen, geschweige denn erst gar nicht annehmen. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Was ist, das steht für sich selbst. Was nicht ist, muss verteidigt werden, repräsentiert werden, erklärt werden und oder vermarktet werden. Disclaimer, in diesem Video oder Podcast Verschwörung, es gibt keine, wollen wir aufdecken, was die wahre Bedeutung von Verschwörung, Theorie, Glaube und Wissen ist. Das kann einige triggern, weil sie lieber glauben als wissen wollen, denn wer die Fakten als diese erkennt und akzeptiert, benötigt nicht mehr mit Gläubigern zu diskutieren. Wer glaubt an Verschwörung, wer glaubt an Theorien über Verschwörungen, wer glaubt an Gott, wer glaubt an Jesus, wer glaubt an Allah, wer glaubt an Mohammed, wer glaubt an Corona, wer glaubt an den Weltuntergang, wer glaubt an den Aufstieg in die fünfte Dimension, wer glaubt an den Erlöser. Die pyramidale Machtstruktur, links die pharaonische, ägyptische, rechts schon fast die modernere, die sozialen Klassenpyramide oder rechts die Karikatur, etwas provokativ dargestellt, und nein, diese pyramidalen Machtstrukturen gibt es nicht, das ist eine Verschwörungstheorie. Es gibt auch keine geheime Meetings, Absprachen hinter verschlossenen Türen, da wo niemand rankommt, außer die Auserwählten, hier beispielhaft einige Bilder, aber natürlich auch reale Fotos, und nein, gibt es auch nicht, das sind Verschwörungstheorien. Und die Medikamente, die Pharma, die wollen nur das Beste für uns, die wollen unsere Gesundheit, die wollen sicherstellen, dass wir lange und gesund leben, damit sie natürlich auch viel Geld machen können und haben nur das Beste im Interesse. Und ist Big Pharma America's New Mafia, ist natürlich auch eine Frage, und natürlich, nein, ist keine Mafia. Und den Pharma Greed, also eben diese Gier nach Geld, tötet, nein, falsch, ist eine Verschwörungstheorie. Und was ist mit den Drogen? Der Drogenhandel, Drogenmarkt, also das muss ja geregelt werden, dass genug Material im Land ist, und es muss ja irgendwie über die Grenzen kommen, also muss das Ganze organisiert sein. Und sie schreiben es auch in den Medien. Die Amerikaner haben den Krieg in Afghanistan, wie das Ganze begonnen hat und wie es geendet hat, und dann eben die geheime Geschichte, wie Amerika den Drogenkrieg mit den Talibanen verloren hat. Zum Taliban eben in Afghanistan. Oben rechts der damalige Präsident, wie er davon gesprochen hat, wie sie Afghanistan, nachdem sie es zubombardiert haben, wieder rekonstruieren, so im Sinne nach den amerikanischen Interessen. Und dann sehen wir hier auch Poppy. Poppy growing ist so ein Begriff für eben diese grünen Pflanzen, die man da unten links sieht, aus denen wird Heroin gemacht. Und wir sehen jetzt hier, 2002 hat Bush von Reconstruction gesprochen. Und dann, interessanter wie es gut 20 Jahre später, ist diese Poppy growing auf 99 Prozent untergefallen, respektive sie produzieren nur noch 1 Prozent. Kann man sich jetzt auch fragen, ja, wieso ist das so? Haben die Taliban kein Interesse daran, Poppy zu züchten? Oder ist das der Einfluss von der Rekonstruktion? Können wir nur spekulieren. Aber weil man ja eben den Drogenhandel ja organisieren muss, hat man dann Fentanyl eingeführt. Und Fentanyl ist grundsätzlich nichts Neues, gibt es schon seit 1990. Aber das Ganze muss entsprechend aufgebaut werden, die ganzen Netzwerke. Und auch das, nein, das ist eine Verschwörungstheorie. Da würde doch niemals der Staat selbst da irgendetwas organisieren, weil es ist ja illegal. Die Politiker, die Politiker sagen ja immer nur die Wahrheit, darum glaubt mir, weil die Wahrheit würde ja für sich selbst stehen. Und dann hier, mal schauen, ob wir das gerade finden, dieser Klabauterbach hat damals in einem Interview auf WDR gesagt, in sehr vielen Fällen zum politischen Tod. Also die Wahrheit führt in vielen Fällen zum politischen Tod. Ihr könnt diese Slideshow auch herunterladen auf unserer Webseite. Und wenn ihr da mit der Maus drüber fahrt, seht ihr, dass da Links hinten dran stecken, wo ihr draufklicken könnt und die Quellen anschauen. Das funktioniert, haben wir geschaut. Our aim is a democratic peace. Ja, demokratische Friede. Da müssten wir vielleicht auf die Etymologie verweisen, in Demokratie und was man denn unter diesem Frieden überhaupt verstehen kann. Und wir werden später noch sehen, wie sich das äußert, im Beispiel von Ungarn. Aber nein, es ist wirklich so. Die Politiker sagen immer die Wahrheit und nur die Wahrheit, weil sonst würde ja das Ganze zusammenfallen. Dann auch der Fernseher. Alles, was im Fernsehen gezeigt wird, ist real. Man will da nicht die Lügen erkennen, den Konsum, ja, sinnbildlich und OB-NASA. Alles, was die NASA produziert, ist auch real, muss man glauben. Also nein, wir akzeptieren das nicht, dass im Fernsehen Lügen gezeigt werden. Das ist real, was da drin ist. Und dann auch diese News-Anchor, die die Nachrichten verklickern, sehen alle super aus, schön geputzt, schön Make-up und immer dieser hypnotisierende Augenkontakt, wenn sie mit dem Publikum auf der anderen Seite der Mattscheibe kommunizieren. Und auch die, die erzählen nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, das ist wahr. Aber man kann auch da schauen, wem das denn diese Medienhäuser so gehören und wie sie organisiert, strukturiert sind. Und da gibt es da links dieses Bild, auch da kann man draufklicken, müsste man draufklicken können. Ja genau, da kommt ihr auf die Quelle, nennt sich marketwatch.com und hier How does your favorite news source rate on the truthiness scale? Consult these charts, ja, und hier symbolisch der Anker oder der Haken, an dem sie sich, an dem sie euch fangen wollt und wie da die Hände da hinkommen, weil sie eben diese truthiness greifen wollen. Dann haben wir hier in der Mitte das Spektrum von primär amerikanischen Medienproduzenten, haben wir unabhängig, Staats-, Corporate- oder Fremdeinfluss, dann aber auch gleichzeitig Tyrannie, also propagandistisch und auf der anderen Seite Freiheitslieben, also sie propagieren auf die Freiheit und quasi Meinungsfreiheit. Und dann sieht man hier bekannte Namen wie der Huffington Post, sind anscheinend unabhängig, unabhängig, dann haben wir Politico, was wir vorhin kurz gesehen haben, den New Yorker, New York Times, werden wir auch noch ein paar Mal drüber laufen, The Guardians wahrscheinlich auch, USA Today auch und hier sehen wir, wir kommen hier immer näher an den Staat oder allgemeinen Corporate, Corporate Businesses. Und dann Reuters etwas mehr, könnte man sagen neutral, aber doch staatsorientiert oder staatsfinanziert, vielleicht auch mit Zwangsabgaben, wie wir es ja hier in der Schweiz auch kennen, der Hill und dann spannend, der hat dann das andere, auf der anderen Seite, hier haben wir Prison Planet, Infowars und Breitbart. Und hier ist es ja interessant, ja, sie promoten Free Speech und irgendwie halt die amerikanische Freiheit und die Verteidigung der Constitution und sie nennen sich Independent, aber von was sind sie denn unabhängig? sie sind in dem Moment unabhängig vom Staat, aber sie sind trotzdem wieder abhängig von irgendwelchen Merchandising oder grundsätzlich von Spendern, die diese Kanäle finanzieren. Und da ist ja das Interessante am Ganzen, ja, wenn man selbst irgendwo politisch sich links einordnet oder vielleicht auch in der Mitte oder auf der rechten Seite, dann ist es eben, ja, the favorite news source. Also man orientiert sich an diesen News und bewegt sich hiermit automatisch in einer Informationsbubble, weil in diesen Medien wird man ja meistens bestätigt in der Geisteshaltung, in der mentalen Haltung oder politischen Haltung in diesem Kontext. Und hier sehen wir eben auch diese Bubbles, wer wo, mit wie viel Umsatz was kontrolliert, steuert und beeinflusst. Aber das ist natürlich alles fake. Nein, das stimmt nicht. Diese Medien-Outlets, sie erzählen auch nur die Wahrheit und diese Behauptung, dass man da in eine Informationsbubble gerät, wenn man sich auf die eine oder andere Seite einschlägt, das ist falsch, ist fake. Aber eben, wer so denkt, der glaubt auch an das kackende, was ist das, Einhorn, glaubt an grüne Menschen, glaubt an graue Menschen und auch den Santa Claus ist bestätigt, das gibt's. Wenn es eben darum geht, sich mit den sogenannten Verschwörungstheorien auseinanderzusetzen oder auch Verschwörungserzählungen, dann ist das immer irgendwie negativ. Nein, das will man nicht hören und es ist auch grausam, das will man nicht sehen. Man will nicht darüber sprechen und sowieso das, was wir da im Internet sehen, können wir eh nicht glauben, weil wir haben ja unsere Autoritäten und unsere Gurus, denen wir glauben möchten. Ja, wir wollen nichts Böses hören, wir wollen nichts Böses sehen und wir sprechen auch nichts Böses, deswegen sprechen wir auch nicht darüber und wir posten auch nichts in diese Richtung. Und warum, um was geht es denn da? eigentlich geht es ja nur darum, diese Bösewichte oder der Willianization, das gibt es nicht, es gibt keine Bösewichte, die die Weltregierung anstreben und diese Aluhutträger oder Verschwörungstheoretiker, die sind eh ganz komisch und die Politiker, die sprechen ja keine Lügen und sie hören auch nicht das Klagen des Volkes und sehen auch nicht das Leid des Volkes, das stimmt doch gar nicht, weil uns geht es ja gut, ja, es gibt immer irgendwelche denen es schlechter geht, aber nur die Erwähnung des Wortes Verschwörungstheorie oder einen als Verschwörungstheoretiker hinzustellen, ist da so ein Sledgehammer Argument, zu Deutsch so ein niederschlagenes Argument, um jemanden diskreditieren, schlecht machen, heruntermachen und ja, jeder, der Kritik an etablierten Systemkomponenten oder am System oder an der Gesellschaft übt, mit dem wollen wir nichts zu tun haben und auf der anderen Seite ist die fehlende Bereitschaft, Recherche zu tätigen und Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen im Sinne von selber denken, selber fühlen, selber handeln und wenn man merkt, dass man da negative Gedanken hat, dass man da nicht in negative Gefühle kommt und dann schlussendlich auch Handlungen vornimmt, die kein Leid verursachen und wenn man jemanden diskreditiert, ist das auf eine gewisse Art und Weise Leid, wenn nicht eher Ignoranz, denn man könnte einfach mal hinhören, hinschauen und vielleicht eben doch selber denken. Vor goes schlussendlich os